Grüß Gott, grüezi und hallo. Wir präsentieren auf unseren Social Media Kanälen immer wieder Neuheiten unserer Produkte, Wissenswertes und hin und wieder auch mal, ja, nicht ganz so ernst gemeinte Entertainment-Formate. Wir wollen euch aber in Zukunft mehr einbinden und euer Feedback mehr berücksichtigen. Und da kommt dieser Mann ins Spiel. Moin Moin, ich bin Paul, ich bin das Social Media Manager von BeQuite und ich bin auch derjenige, der dafür sorgt, dass eure Kommentare auf unseren ganzen Social Media Seiten nicht unbeantwortet bleiben. Aber ich bin auch derjenige, der Kommentare und Wünsche und Feedback sammelt und an die Geschäftsführung weitergibt, was dann schlussendlich in Sachen endet, wie zum Beispiel der Netzteilabdeckung für unsere neuen Gehäuse oder dem schönen, schlanken Darkrog Slim. Ihr seht also, Wünsche oder Feedback zu äußern, lohnt sich immer. Ja, und das Ganze wollen wir nicht so einseitig gestalten und in Zukunft mehrere Feedback-Runden einläuten. Das heißt, in den Kommentaren stellt ihr eure Fragen, die wir dann in den nächsten Videos auch beantworten werden. Denn letzten Endes ist es so, ihr seid unsere Kunden, ihr seid unsere Community. Alles, was wir machen, machen wir für euch. Wenn ihr also irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, die euch unter den Nägeln brennen, ran ans Keyboard, her damit!